Wie bekomme ich mit dieser Streichholzschachtel alle Igel an den Waldrand? Das ist schwer. Schwer. Alle Igel an den Waldrand. Das ist sozusagen, man denkt zuerst, man zündet aber den Walddach damit an. Das würde man so als erstes denken. Aber man würde dann doch, der Witz dabei ist, dass man dann sozusagen die Streichholzschachtel auch noch das zu einem Funkgerät zusammenbaut und dann, die Igel haben natürlich keine Funkgeräte. Das ist natürlich auch der Witz daran, dass man dann darüber lacht, weil man denkt, die haben natürlich keine Funkgeräte. Stellen Sie sich mal vor, ein Igel holt so ein Funkgerät raus. Das ist lustig, was eigentlich ist.